triff dich mit dem zweiten firefly team beim rathaus mädchen 1 60 meter 14 jahre und habe ich das gar keine zone das dürfte an elise mann hier ist nichts wir müssen ja so langsam machen ja manchmal ist das oder dann gibt es natürlich funktionen zu gehen und auf rennen ist dann halt normal rennen mir gibt es auch schon situationen ja das nervig manchmal auch so ein bisschen das könnte echt ein bisschen warum so weißt du kann man unten durch und jetzt kommt auch eine schöne ich würde es auch noch nicht was klicker lautlos klicker können dich auch noch hören wenn du dich duckst leicht antippen um dich leise zu bewegen wenn man dich hört halte halte an und warte bis du dich sicher bewegen kannst was war das war nichts drin da war noch was ja ein messer ich würde jetzt eigentlich gar nicht sagen aber eigentlich doch weil ich dich irgendwie retten da liegt auch noch was macht es eine flasche ich jetzt von vorne bei dem so kommen dann krieg ich den nicht hin die sind so eklig was mit ihm da kann ich ihn auch greifen probier dich aus oh nein jetzt habe ich das messer verschwendet nein was hast du getan jetzt habe ich das messer verschwenden das müssen wir jetzt nochmal nehmen nein mach ey hallo ne das geht doch nicht ich brauch doch das messer das ist jetzt aber schwach das ist nicht schwach du sollst überleben alter naja kann ich doch ja du musst einen anderen weg finden wenn ich das messer verballern das war du an echt nehmen kannst du auch dir ja mal sagen ich mach neu was ist drin ja ach so sehr schön sehr schön ich höre ihn großer oh klar sind sie noch mehr klicker als der? da war mein stock kaputt ist was zum schreiben oder so? wieso? wieso willst du was aufschreiben? ich brauch doch mal kurz was zum schreiben warum? frag nicht warum gib mir auch was zum schreiben äh keine ahnung da auf auf dem klavier der Wayne nervt mich leute er geht mir auf den sackchen mit seinen klug scheißerei ja ich sag hier gar nichts was mache das mache sehr schön sehr schön auch wenn ich mit dem stein auf so einen klicker zulaufe und den angreife dann dürfte Dann haust du ja auch tot, oder was? Dann haust du ja auch tot, aber das ist natürlich dann das Risiko Du weißt, dass natürlich die anderen noch aufmerksam werden, ja? Wieso denn das jetzt hier? Ich habe mit einem Stein geschlagen Ach so ne Scheiße Du hast die zu früh geschlagen Ne, das ist ja schon noch nicht los hier, ne Penner Ich meine, der Punkt ist ja der, wenn du die erstmal aktiv, also wenn die praktisch auf dich aufmerksam geworden sind, ja? Und du dich aber wieder gut versteckst, dann ist alles gut Du musst halt einfach nur ruhig bleiben So kacke sind die, ey Das ist richtig böse Wieso hat der mich jetzt gehört? Ich bin extra urlangsam gegangen Dieses Spiel nervt mich, ey Das ist ja echt zum Kotzen Was machst du denn da? Nichts, man Spiel mal Ja, du schreibst jetzt hier irgendwas auf, von wegen, von wegen Ich würde es so machen Nö, ich mach was ganz anderes Was denn? Ist doch egal Alter Das ist nicht egal Spiel, es ist alles cool Nervt mich, was du da machst Ich mach hier gar nichts Na klar Oh, oh Ich habe sogar ein Messer Ich habe auch einen Messer Entschuldigung Das ist eine Das ist eine Die 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 Der Boah, ich spiel schon anhand 41 Minuten und das bei zwei... obwohl ich nur zwei Stellen mache hier, oder was? Das war im Kotzen. Erregt mich das an. Na, komm her, komm, 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 komm. Oh, komm, komm. So, viel dazu. Nummer zwei haben wir. Und den Rest lasse ich einfach stehen. Muss sein, ich finde hier noch irgendwas cooles. Könnt ihr auch einfach mal durchlaufen, wenn ich mal wüsste, wo ich hin muss. Ja, das war bei mir aber auch so. Ich suchte, wo ist der Ausgang, ey? Ich geh mal von da hinten aus irgendwie. Was ist der Urheiler? Wir landen. Wir haben es fast geschafft. Na los. Was machst du denn? Ich hab mir noch einen Stein nehmen sollen. Wo ist denn der Ausgang? Ich hab kein Messer mehr. Verpiss dich, du bist Mistvieh. Wie laut sind alle, ey. Gib mir hier was. Was für eine Powerpoint. Ich könnte gerade ausrasten, ey. Gib das her. Nein. Gib das her. Nein, Mann. Gib das her. Nein. Hast du einen Zettel mit Hahahaha gemacht? Nein, hab ich gar nicht. Gib mir den Scheißzettel. Nein, Mann. Ich kann dir zeigen, was drinsteht. Naja? Ja, ich kann dir zeigen, was drinsteht. Ach, scheiße. Da steht, wie er sich aufregt. Ja, die Kamera ist gespiegelt. So ganz nebenbei. Ja, ist egal, ist egal, ist egal. Voll fest. Lass ich dir nochmal mitspielen. Ich spiele nicht mal witzig, guck mal zu. Lass ich dir nochmal zugucken. Ah cool, ich war ein Checkpoint. Was ist noch Molotow-Fock denn, ne? Den behalte ich aber. Kann man das hier irgendwie aufmachen oder so? Guck dich mal witzig um. Da geht's lang. Ne, da ist ein Versteck. Da, bleib da. Da ist was. Warum kann ich jetzt hier nichts machen? Die Leute werden sich wahrscheinlich übelst aufregen, wie ich mich hier zum Deppen mache. Tut mir leid, Leute. Das Spiel geht mir aber gerade richtig auf den Sack. Na ja, prassig. Komm schon. Was denn da drüben? Ach der Clicker oder was? Lauf los, Junge. Lauf doch weg. Scheiße. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Oh, ich bin nicht mehr. Okay, das ist ja. Ich bin nicht mehr. Endlich. Ungentleman. Ja. Schlupfer Lene. Ich bin lieber ich als alle anderen. Alter. Wisst ihr Bescheid für den Fall, dass man abkult ausbricht? Lincoln ist nicht mehr the gentle. Ja. Naja, geschafft. Super. Oh, meine Fresse. Das war jetzt aber auch ein Akt, ey. Ich bin auch was. Ah, ist klar. Linkem hat Hunger. Ich werde auch gleich irgendwie mal eine Mahlzeit zu mir nehmen. Wohin müssen wir, Tess? Weißt du, woran mich seine Stimme erinnert? Jetzt fällt mir das gerade mal so auf. Nee. An einen gemeinsamen Freund von uns. Hä? Mr. Sigi. Kommen wir weg zum Chuck? Wird. Irgendwie. Keine Ahnung. Also ich meine, gut. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass Joel sich ein bisschen leicht besoffen anhört, so wie eben. Joey Sintez. Nee, wirklich, jetzt? Ja, das stimmt. An Sigi. Übrigens, Sigi LP. Ich mache jetzt mal ein bisschen Werbung. Könnt ihr mal raufgucken. Ja, ein gemeinsamer Real-Life-Friend. Gerade frisch angefangen, deswegen noch nicht so ganz bekannt. Aber könnt ihr gerne mal raufgucken, sie LP auf YouTube. Als ob wir so bekannt wären. Sind wir auch nicht, aber schon ein bisschen bekannter als er. Aber ist auch egal. Ich finde jetzt nicht, dass er irgendwie stimmtechnisch... Weiß ich nicht. Irgendwie... Das ist mir erst mal aufpasst, ich renne so rein. Oh, du Scheiße, was ist denn das? Ja. Ich glaube, es hilft, es ist einfach. Auf die Fresse? Alter, nein. Ich glaube, du zusammen das sind die Runner. Spar die Mühle. Siehst du. Oh. Alter, lass Elie nur holen. Gib ihm. In die Fresse. Na? Ja? Ja? Aufs Maul? Aufs Maul? Blöde... Was auch immer. Du küsst ihn auch so. Blöde Frau. Ich fände dir Munition verballert. Ich frage mich gerade, was du empfindest, wenn du an die Fresse loskommst. Ich habe das hier noch mehr davon. Da fühlst du dir nur noch schnell weg und... Oder hast du die Übersicht? Oder... Ja, gerade war ich... War ich ein bisschen verdutzt. Ich habe damit nicht gerechnet, irgendwie, dass da auf einmal drei Viecher auf mich losgehen. Was ist das? Sprich, du warst gerade leicht nervös. Ja, nicht nervös. Ich war einfach nur verwirrt. Ich nehme an, ich muss da hinten hin. Oh, eine Schublade. Ja. Ich war kacke, du machst mal 1000 Schublade auf. Da ist eine Stunde. Na, da hast du in jeder 990. mal eins dabei. Ja. Hier war gerade irgendwas, was ich machen konnte. Ich weiß, ich... Wobei ich... Aha. Ach, ich wollte gerade sagen. Wobei ich weiß ja nicht, wie es auf leicht ist. Ich glaube, da hat man dann sicherlich mehr Ressourcen als auf mehr. Ich denke auch. Ich denke auch. Wo muss ich denn jetzt hier was machen? Ich denke, mal rausschieben, mal. Da, wo du reingekommen bist, sozusagen. Hallo. Achso, damit wir da über diese Mauer kommen. Ich schieb mal eben hier so eine Scheiße da durch. Wisst du, das ist ja auch so leicht. Ich nehme an, da hin. Okay. Und?